na brauchst du neue lautsprecher aber du weißt eigentlich noch gar nicht genau was du kaufen sollst ja es ist auch nicht so einfach aber bevor du hunderte oder tausende von euros versenkst schau dir mal meine paar punkte an hier die ich dir empfehle bevor du losläufst ja und damit hallo moin moin servus grüß gott wo auch immer herkommt in franks werkstatt der lautsprechertechnik es ist ja nun wirklich nicht so einfach der lautsprecher kauf ich meine die vielfalt ist riesig und ja an jeder ecke wird ein neuer star erhoben in den adelstand sagen wir mal so ja was nehme ich jetzt was nehme ich jetzt viele reden so andere reden so ist wirklich keine einfache geschichte das gebe ich zu aber ich denke ja mit so ein paar sachen die ich persönlich zumindest beachten würde kommt ihr vielleicht auch einen schritt weiter ich meine ich will jetzt hier nicht als das allheilmittel irgendwelche tipps raushauen aber denkt einfach mal darüber nach was ich da in der hinsicht unter umständen wo ich mitgeben kann vielleicht passt es ja für euch man weiß es nicht in erster linie ist es für leute die wirklich unschlüssig sind und noch nicht so genau wissen was das einfache ist warum mache ich dieses video überhaupt das ist ein reines laber video heute ja ich bekomme eigentlich wöchentlich irgendwelche zuschriften sei es per kommentar oder auch per mail ja frank ich habe hier zum beispiel vier lautsprecher zur auswahl welchen soll ich nehmen ja keine ahnung ich weiß nicht was du nehmen sollst andere fragen konkret nach einem modell ob das was ist ich weiß es nicht ich kann es nicht sagen warum kann ich das nicht sagen ja jeder hat erstmal anderen hörgeschmack jeder hat andere vorlieben jeder hat einen anderen gehörgang sage ich immer und dementsprechend ist es natürlich eine verdammt schwere sache das was mir unabfassbar gut gefällt das heißt noch lange nicht dass es dir gefällt nein so ist es nun mal und von daher bin ich da nicht in der lage von mir gibt es immer die standard antwort was ich gerade schon aufgezählt habe jeder tickt anders ich kenne nicht den ganzen markt ich kann keine tipps geben ich mache es nicht weil es kann ordentlich in die hose gehen das ist sogar wahrscheinlicher als das was bei rauskommt deshalb gebe ich keine tipps ab aber was macht er jetzt konkrete tipps kann ich nicht geben aber ich kann euch so ein paar sachen erzählen die ich jetzt mal aufzählen möchte hier damit ihr manche fehler vielleicht vermeidet die man machen kann damit ihr sauber zu eurem lautsprecher kommt mit dem ihr richtig hören könnt damit sind wir dann auch schon bei punkt 1 hier und das ist mein tipp macht nicht den fehler dem mainstream hinterher zu laufen und was meine ich jetzt mit mainstream es gibt ja sage ich mal positiven mainstream der ist aber eher selten finde ich das ist wenn etwas wirklich gut ist wenn etwas wirklich toll ist oder wenn irgendwas ich sag mal so richtig in gang kommt und hochkommt und von jeder möchte es haben was im grunde aber nicht wie soll ich sagen ohne gewinnabsichten irgendwo gehypt wird sondern weil es wirklich gut ist weil es toll ist oder weil ja weil es jeder ausprobieren möchte weil jeder neugierig ist beispiel im lautsprecherbereich ist wäre ja fällt mir schon wieder ein die lipid die wurde jetzt ja wohl schon fundweise nachgebaut wenn ich das richtig mitbekommen habe ich meine das ding ist tonal schräg ja das weiß ich ist es nur der kleine breitbänder pegelfestigkeit so lala aber das ding will jeder nachbauen weil spaß macht es ist eine kleine spaßige box finanzielle ja desaster ist es ja auch nicht so viel wird man da nicht versenken von daher super oder was ja im grunde ich denke mal auch gerade viel nachgebaut wird ist ja die monitor 1 das ist ja diese etwas pegelfestere zweiwege box mit horn ja und das ding denke ich mal läuft auch gut und ich habe mir das muss ein bisschen angeschaut das mal nachverfolgt ist absolut solides teil und dann hat es auch verdienst wenn sie uns nach hier und danach gebaut wird und wenn die leute halt so sagen kommen das mache ich entstanden sind diese beiden sachen jetzt aber sozusagen aus privaten vorlieben aus privaten wie soll ich sagen interesse ja möchte ich mal so sagen das ist eine mainstream entwicklung die finde ich okay da kann man sich mal hinterherlaufen aber leider 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 zu 90 prozent sage ich mal sind diese mainstream erscheinungen einfach nur hypes die aufgrund der werbeindustrie passieren so würde ich mal sagen weil wie geht so eine firma vor die neues produkt an den markt wirft sie geht an high five zeitschriften bei sie geht ins internet sie sucht dann sozusagen leute die das ding für die testen das passiert und ja ansonsten blogs blogs halt die ganzen geschichten die ganzen kanäle die modernen kanäle auch überall kommt dieses teil vor jeder hat es in der hand jeder testet es jeder macht und tut und wenn ihr gerade in dem moment und lautsprecher sucht und ihr guckt im internet rum und ihr bekommt am laufenden band modell xy vorgeschlagen das ist toll das ist gut das hat jeder getestet hat jeder anhand ja dann kommt dieses dieses habe wolle und schon dann der lautsprecher auch bei euch das ist so das ist ein mainstream der von der werbeindustrie erzeugt wird das natürlich mist deshalb macht euch bitte frei vom mainstream guckt mal bitte hinter den tellerrand sucht euch mal vielleicht firmen die nicht ganz so groß sind die nicht so ein riesen werbe etat haben weil ich kann mir vorstellen hinter jeder mainstream box die irgendwo verkauft wird da verstecken sich mindestens fünf bis zehn andere lautsprecher die nicht so offensiv beworben werden die das gleiche kosten aber mehr können da gehe ich einfach mal von aus also macht euch die mühe und schaut mal ein bisschen weiter hinter der hand und damit kommen wir zum zweiten punkt der eigentlich zu dem ersten noch mit dazugehört ich habe es jetzt aber als extra punkt hier aufgeführt ja ich will jetzt nicht sagen schaut bloß nicht in hifi zeitschriften das wäre falsch das wäre auch gemein da würde man manchen hifi zeitschriften was falsches beitun aber ja auch in hifi zeitschriften wird halt mainstream erzeugt nicht gerade besprochen hatte schon weil die firmen schalten dort werbung große firmen schalten da viel werbung ganzseitige anzeigen die kosten an schweine geld und dann wird dieses teil in der zeitung auch getestet das ist so also wer viel geld hinbringt bekommt auch seinen test so einfache sache ist das und auch auf dieser art und weise lassen sich dann sozusagen hypes erzeugen wenn ein lautsprecher hersteller ich nenne ihn mal w und b von mir aus in allen vier größeren hifi zeitschriften in deutschland gleichzeitig test werbung sonst was platziert dann entsteht da auch wieder ein hype und alle wollen es haben ist so also auch bei hifi zeitschriften das gleiche bei hifi zeitschriften zusätzlich deshalb habe ich als extra punkt aufgeführt vielleicht noch mal der hinweis achtet mal so ein bisschen drauf vielleicht zwischen den zeilen zu lesen bei den tests ich habe so ein bisschen die erfahrung gemacht dass manche redakteure da das ganz gut drauf haben zwischen den zeilen zu schreiben oder eben es zwischen den zeilen lesen nicht die texte der wird geschrieben ist sondern der text der gemeint ist es wichtig dann kommt ihr vielleicht manchmal auch zu zu anderen testergebnissen als ja als da wirklich steht muss man einfach so sagen sorry ist so und ich sage es auch nicht weil ich mir das so denke oder weiß von irgendwo her gehört habe sondern weil ich da auch schon die eigene erfahrung gemacht habe ich wollte damals einen test anstrengen einer zeitschrift habe auch ein bisschen freundlich gefragt wie läuft das bei euch wie kommt man zu einem test und so weiter und so fort da hätte mir man ja sagen können ja du musst aber auch ein bisschen werbung bei uns schalten wir müssen uns finanzieren nee nee ich habe wortlos die antwort bekommen oder wortlos die preisliste für werbung geschickt bekommen viertel seite halbe seite ganze seite farbe oder schwarz weiß bla 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 das ganze programm nicht ein wort dazu nur die preisliste fand ich schon ein bisschen denkwürdig ja auf platz drei ist nicht eilig kaufen also auf platz drei ist zeit lassen und vor allem zeit nehmen das müsst ihr beim lautsprecher kauf überhaupt beim anlagen kauf aber bei lautsprechern vielleicht noch mal ja sehr speziell für sich weil lautsprecher doch das ende der hi-ver kette sind wo die größten unterschiede eigentlich sind da sind und entstehen und ja nehmt euch zeit ihr konntet euch das ja gerade vielleicht schon so ein bisschen denken mit wie soll ich sagen nicht dem mainstream hinterher laufen und und hinter die kulissen gucken und auch mal kleine sachen anschauen das kostet zeit ja aber ich meine ihr habt jetzt geld in die hand genommen und manchen tut das geld nicht weh das weiß ich bei anderen tut es aber sehr weh die an der jahre darauf gespart auf ihren traum nehmen jetzt ihre ich sag mal tausender und möchten dafür lautsprecher kaufen dann nehmt euch bitte auch die zeit dafür ganz klar und das geht halt nicht nur wenn ich nur und eine zeitschrift durchlese oder mal ein bisschen internet rumfummel dann sucht euch einen händler ganz wichtig händler sind die stütze in der hinsicht bei den händlern stehen die lautsprecher rum und andere an langteile da müsst ihr hin da müsst ihr probe hören und da könnt ihr eure vorauswahl treffen und das kostet nun mal zeit und ich weiß manche sind wohin irgendwo in hintertupfingen sag ich jetzt mal ja wo keine größere stadt in der nähe ist aber tja also ich denke mal deutschland ist so so eng besiedelt so eng auch mit den städten mit der städte verteilung in den meisten ecken sollte man eigentlich mit einer dreiviertelstunde fahrt auskommen dass man in der nächsten stadt ist wo haifa händler sind so mal ganz grob gesagt manche brauchen von irgendwo länger manche wohnen da direkt vor ort ich weiß es und nehmt euch die zeit fahrt dahin macht das und sucht euch händler aus die euch dann auch mal den lautsprecher mit nach hause geben und ausleihen dass ihr meine woche zuhause hören könnt all das sind so eine punkte sich zeit nehmen für den lautsprecher sich zeit nehmen für das produkt weil es gibt tatsächlich erst mal ja ohne ende lautsprecher die vielleicht ja zuerst noch gut rüber kommen da ist schmiss und schepper und sonst was hinter die anderen aber vielleicht nach ein paar tagen schon nerven wo man sagt das ist doch nichts für mich hört euch da ein nehmt euch die zeit und dann werdet ihr auch irgendwo zu einem ergebnis kommen ja was zu euch passt wo dann zuschlagen könnt ja kommen wir zum nächsten punkt und da habe ich mir aufgeschrieben meine box muss alles können also wer so losläuft beim lautsprecher kauf hat da eh schon problem weil es gibt keinen lautsprecher der alles kann die hat es nie gegeben und wird es auch nie geben lautsprecher sind da zu verschieden und es gibt immer spezialisten für irgendwas es gibt auch tatsächlich lautsprecher die ich sag mal keinem wehtun möchten ja die alle möglichen sachen von musikmaterial sozusagen verarbeiten können wo das alles so funktioniert so halbwegs alles nur halbwegs und da möchte ich euch einfach mal bitten hört man euch rein was wollt ihr eigentlich hören was ist für euch das richtige was für musik hört ihr ich meine danach müsst ihr doch die auswahl treffen und nicht nach nach meine box muss alles können jede box ist wie gesagt ein spezialist wenn ihr tiefbass benötigt wenn ihr richtig saftigen bass braucht wenn euch das geil an macht ist klar dann geht es mehr richtung standbox dann geht es mehr richtung große schüsseln vielleicht geht es auch dann richtung subwoofer und doch was kleineres wie auch immer aber es muss schon mal was im spiel sein stellt euch die frage mag ich einen sahnigen bass der mich ganz weich wie eine decke zudeckt eine daunendecke sage ich jetzt mal so als beispiel dann braucht ihr eine tml vielleicht eine transmission line alles keine ja normalen boxen oder sowas die können halt keinen super harten punch pass die sind weich und lullig aber das ist die box für euch für euer höherempfinden für kein anderes und wenn ihr halt den ganzen tag metal euch um die ohren schlagt ja ich meine dann nimmt doch so was von schlage einer klipsch ja die auch mal so richtig einen rüber scheppert jeden tag mein gott wer es braucht immer auf den hinterkopf ja gut ist doch in ordnung da werdet ihr damit ich sag mal mini breitbänder auf einer transmission line wie meine tempest da werdet ihr natürlich dann nicht glücklich mit das ist völlig klar also wie gesagt vergesst macht euch frei davon dass es die eine box den spezialisten für alles gibt wenn ein lautsprecher das versucht zu sein dann ist er in allen belangen mittelmäßig nicht mehr basta punkt 5 und das schlägt da auch wieder ein bisschen mit rein ihr habt im kopf ein konzept von einem lautsprecher und das ist dann vielleicht tatsächlich drei wege was mittelton hochton übereinander oben eine kalotte fertig so kenne ich das so hatte ich das bei meinen letzten lautsprechern auch oder mein nachbar hatte auch so ein ding das klingt ganz gut bei ihm ja das sind so die sachen macht euch mal frei davon es gibt ganz tolle konzepte die findet ihr nicht beim mainstream mainstream lautsprecher die möchten möglichst vielen leuten gefallen mittelmäßigerweise das ist so mainstream lautsprecher den stellt ihr hin und er soll nicht auffallen er möchte nicht nicht beißen nicht böse sein der steht da einfach ja und macht musik das ist ein mainstream lautsprecher wenn ihr aber so mal so mutig seid nach anderen konzepten zu schauen dann findet ihr vielleicht genau den lautsprecher den ihr braucht das ist auch wieder so ein punkt ich sage mal wenn ihr beim musikhören gerne rumzappelt von mir aus auch tanzt gibt auch leute die hören musik müssen dabei tanzen müssen ihre emotionen rausschütteln ja was ist das dann für ein lautsprecher für euch nur rundstrahler braucht ihr ein lautsprecher der oder zwei lautsprecher die man irgendwo als säule irgendwo aufstellt und die in den ganzen raum strahlen das wäre der lautsprecher für jemand der sich bei der musik bewegt der dazu tanzt oder der vielleicht auch einigermaßen vernünftig nebenbei hören will das ist der richtige lautsprecher rundstrahler ja also vergiss alle anderen konzepte such nach rundstrahler wenn du gerne ich sag mal besonders spritzig und genau hören willst damit meine ich nicht unbedingt die höhen sondern ich sag mal stimmen gitarren nicht geht auch gitarrenanschläge bassgitarre das harte knarren ja vielleicht ist ein breitband lautsprecher was für dich breitband mit horn alles andere konzepte hast du problematischen raum schau doch mal nach dem bipol lautsprecher der den raum nach links und rechts nicht so anregt es gibt so viele konzepte so viele möglichkeiten dein klang zu finden der dir gepasst und gefällt da bist du ruckzuck übrigens weg von high five zeitschriften und mainstream dann hörst du richtig ein wort hier unter punkt sechs muss ich natürlich loswerden zum preis meines erachtens ist der preis bei einem lautsprecher nicht ausschlaggebend ich selber habe schon günstige kisten gehört damit meine ich jetzt nicht die owner box nicht mal getestet habe die wir unterirdisch aber es gibt günstige lautsprecher sage ich mal die mich schon richtig geflasht haben die haben für mich gepasst das was ich von einem lautsprecher erwarte haben sie absolut erfüllt und es hat mir spaß gemacht die dinger zu hören vielleicht das was ihr gerne hört euer konzept was ihr sucht gibt es da auch so ein überflieger wenn ihr ein budget habt ich sag mal von 2000 euro ich sag mal eine zahl ist eine menge geld 2000 euro dann schaut bitte nicht nur nach 2000 euro lautsprechern dann schaut euch auch mal ein paar günstigere an die irgendwie in das konzept reinpassen oder vielleicht sogar besser in euer konzept passen was ihr benötigt ja und sehe da es kann sein dass ihr von den 2000 euro noch 1200 wieder mit nach hause nehmt für irgendwas anderes ausgeben könnt weil diese kleinen 800 euro dinger voll der knaller sind ja das kann passieren sowas gibt es wie gesagt lautsprecher haben eine so breite range an möglichkeiten wie sie klingen wie sie sounden dass es gut sein kann jederzeit sein kann dass immer für den individuellen hörer der teure lautsprecher für 3000 euro für die ohren des hörers schlechter klingt wie der 800 euro lautsprecher der daneben steht ich kenne es davon mal ab ja und unter punkt 7 habe ich geschrieben ein lautsprecher muss immer fertig lautsprecher sein und neu muss das wirklich sein ich habe euch ja gerade gesagt ihr könnt ja unter umständen mal schauen und ein bisschen geld sparen wenn was günstigeres da ist aber was ist denn jetzt wenn euer traum lautsprecher dummerweise das doppelte kostet der kostet nicht 3000 kostet 6000 euro oh man ja nebenbei tipp läuft jetzt nicht zur bank nimmt einen kredit auf niemals nimmt bitte für high five krams einen kredit auf so fertig finde ich völlig daneben okay aber weiter im programm ja wenn er jetzt 6000 euro kostet hilft natürlich nur weiter sparen ja oder ihr schaut einfach mal auf den gebraucht markt und jetzt spielen die ganzen punkte rein die ich euch gerade schon erzählt habe weil es gibt sicher eine länge leute die haben zu schnell zugeschnappt die haben zu schnell gekauft und merken dann nach einem halben jahr nach einem jahr dieser lautsprecher den ich da damals gekauft habe der ist nichts für mich ich möchte diesen lautsprecher wieder abstoßen ich brauche ihn nicht mehr ich möchte ihn nicht mehr und die dinger landen dann halt auf dem gebraucht markt es sind in den high five zeitschriften ja oftmals ich denke mal gebraucht märkte drin auf den werbeseiten oh gott ich habe ewig nicht mehr in eine reingeguckt kleinanzeigen seiten ganz klar ebay kleinanzeigen haben sie jetzt glaube ich gerade umfilmiert auf nur kleinanzeigen aber wie auch immer ihr kennt ja diese ganzen portale da mal reinschauen da mal gucken ob eure traumbox die ihr vielleicht gerade beim händler irgendwo kennengelernt habt wo ihr gesagt habt das ist die habe ich mir eine woche ausgeliehen muss ich haben aber sie kostet das doppelte dann schaut einfach mal bei kleinanzeigen da rein vielleicht findet ihr den lautsprecher und habt keine angst davor ich meine da kommt jetzt wieder die geschichte zeit nehmen klar die kauft man nicht blind die lässt man sich nicht einfach schicken da fährt man mal hin und schaut die sich an und wenn sie in ordnung sind nimmt man sie mit blind kaufen nein da würde ich natürlich von abraten aber ich denke mal bei lautsprechern die zwei drei jahre alt sind oder sowas da wird noch nicht groß die macke dran sein ja und wenn man dann noch hinfährt sich das in ruhe anschaut und anhört was soll da noch schief gehen und dann kommt er vielleicht doch zu ihrem traum lautsprecher der dann halt nur 3000 kostet statt 6000 und ich würde sagen die möglichkeit die besteht ist so ja okay das sind jetzt die sachen die sieben punkte die mir da eingefallen sind zu dem thema da gibt es vielleicht noch hier und da andere punkte das ist halt wie die sache wie ticke ich wie bin ich drauf wie mache ich das also wie gesagt nehmt euch zeit guckt über den tellerrand holt euch möglichst viele quellen ran und vor allem die wichtigste quelle ist euer ohr ihr müsst letztendlich entscheiden passt das zu meinem musikgeschmack passt das zu dem wie ich höre was ich höre und was ich will ja und dann kommt eigentlich ganz automatisch euer lautsprecher war raus macht's gut bis nächstes mal tschüss